Hallo, heute stelle ich Ihnen meinen E-Learning-Kurs zum Thema Emmy Pickler vor. In diesem Kurs steigen wir ein damit, dass ich Ihnen Emmy Pickler vorstelle. Wer war diese Frau, was hat sie beruflich gemacht und warum sprechen wir heute in der Frühpädagogik so oft über Emmy Pickler. Das werden Sie im ersten Kapitel erfahren. Anschließend lernen Sie die wichtigsten Grundsätze und die wesentlichen Aspekte der Pickler-Pädagogik genau kennen und daran anschließend erläutern wir, wie Sie diese Grundsätze der Pickler-Pädagogik eben in den Kita-Alltag gut umsetzen können. Also die praktische Anwendung dieser Pädagogik. Schauen Sie mal rein in den Kurs. Ich hoffe, Sie haben dabei viel Spaß und bis bald.